... nur wenige Verletzungen, die wir nicht behandeln können. Wer hier reinkommt, kommt wahrscheinlich auch wieder raus. Nun, du siehst wirklich aus, als bräuchtest du medizinische Hilfe. Da bist du hier bei uns richtig. Ich brauche Hilfe, Doc, ja. Also, was führt dich zu mir? Du brauchst auf jeden Fall einen Arzt. Mhm. Mein Leiden, meine Wunden, ja, um alles bitte. Verschliessen wir die Wunden und bringen dich auf den Weg der Genesung. Ich kann nicht versprechen, dass du nichts spürst, aber danach geht es dir besser. Sieht alles gut aus. Oh. Ein Wort und es wurde geheilt. Ich brauche medizinisches Material. Tja, dann bist du hier auf jeden Fall richtig. So, jetzt mal bei der Hilfe. Äh, Abhängigkeit, Infektionen. Äh, Abhängigkeit, Nö. Gehirnverletzungen. Ähm, ausgerenkt die Gelenke, Knochenbrüche, Schädelbrüche, Gehirnverletzungen. Ähm, Gehirnverletzungen, Gelenke, Knochen. Aber da wirklich was für die Lunge, habe ich jetzt nichts gesehen, ne? Na gut, ich nehme jetzt mal den. Vielleicht ist da ja was. Ah, das ist nochmal Rückkauf. Äh, kann ich dir irgendwas noch andrehen? Medipack habe ich nur noch zwei. Du hast sicher viele Patienten. Erzähl mir was über Reliant, Medik. Ich fühle mich krank. Es könnte mit diesem Experiment zusammenhängen, bei dem ich mitgemacht habe. Äh. Erzähl es mal über die. Jeder kennt Reliant, der größte Medizinanbieter in den besiedelten Systemen. Sie bringen die Heilkunde seit Jahrzehnten mit ihrer Forschungsabteilung voran und haben ein Versorgungsnetzwerk für unsere Gesundheit aufgebaut. Ich bin sehr stolz darauf, hier zu arbeiten. Ich hoffe, du bleibst gesund. Bevor ich das frage, möchte ich speichern. Weil ich möchte jetzt da nicht gerade... Gut, wurde gesichert. Willkommen bei Reliant. Wenn du medizinische Hilfe oder Medikamente benötigst, können wir dir sicher helfen. Bäh. Bäh. Jetzt habe ich irgendwo einen Fussel... Bäh. ...in den Mund gekriegt und das ist mehr als widerlich. Ich habe von solchen Experimenten gehört. Möglicherweise hast du Alien-DNA-Sequenzen in deinem Genom. Eine Standard-Gen-Therapie kann die veränderten Abschnitte wieder neu ordnen. Ist alles absolut sicher, falls du Interesse hast. 10.000 Kredits? Ich werde mal drüber nachdenken. Das ist eine wichtige Entscheidung. Gut. Jippie, wir sind wieder gesund. Und vom Preis her... Okay. Medizin ist natürlich wie immer überteuert as fuck. Ich meine nur schon wieder die Krankenkassenbeiträge in der Schweiz werden auch wieder nächstes Jahr etwa um roundabout 10% steigen. Keine Ahnung, wer das jemals bezahlen soll. Auf die Dauer. Jetzt hat es hier und hier. Ruhiger Tag. Ist das zu viel verlangt? Ja, mache ich jetzt Probleme? Nö. Zwei Mal. Ja, es ist wirklich alles weg. Sehr gut. Haben wir Skill-Punkte? Nope. Was habe ich? Ah, stimmt. Das war ja... Ja, ganz klar. Stimmt. Das war ja die... Einte... Ich glaube es... Forschungsstation waren wir ja. Wo dann plötzlich so ein... Übermässiger... Piraten-Boss dann noch dort stand. Den wir ja dann bezwungen haben. So, Kollege. Von allen Aufträgen, die Sie mir hätten geben können. Ja, ist der wieder hier rumzustehen in der Natur, Bäume zu beobachten. Zu analysieren, zu studieren, zu philosophieren. Ist das ja der grausamste. Aber was hast du für uns? Kannst du ein Stück weiter nach links rutschen? Du blockierst mein Signal. Ich habe auch für Mast. Es geht um Forschungsdaten zu Bäumen. Bäume? Oh, ich weiß, was hier los ist. Du arbeitest mit Kelten zusammen, oder? Netter Versuch, aber vergiss es. Nein, vergiss es. Kelten ruiniert mir aktiv die Karriere. Dem helfe ich auf keinen Fall bei irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was das Ganze soll. Aber er macht es nur, um beim Management gut dazustehen. Und dabei helfe ich ihm nicht. Warum bist du so gegen ihn? Kelten hat mich übel reingelegt. Hat vermutlich meine Aufstiegschancen im Mast zerstört. Das verzeih ich ihm auch nicht. Kelten meint, es geht nicht um ihn. Es stehe Leben auf dem Spiel. Aha, so ist es also. Ja gut, also... Was soll ich machen? Ach, nichts Wildes. Du sollst nur ein paar Dateien für mich löschen. Damit ich gut dastehe, wenn wieder Beförderungen anstehen. Oh. Ja gut, wir sind sowieso nicht gerade der Nobelste hier. Aber das ist bei Bethesda-Spielen eigentlich auch nie gross das Thema gewesen. Du hast einfach eine riesige Freiheit. Und du hast einfach gefühlt alles gemacht. Ob gut, ob böse, scheissegal. Einfach das, was für dich richtig vorkommt. Und das mag ich irgendwie. Moment, echt? Wow. Okay. Okay. Du entscheidest. Aber ich wünschte, wir könnten unser Baumproblem lösen, ohne auf illegale Methoden zurückzugreifen. Ich hatte in den letzten Jahren ein paar schlechte Leistungsbewertungen, völlig ungerechtfertigt, total unfair. Ich habe eine Hintertür in das Mass-Netzwerk gefunden, um meine Personalakte ein bisschen zu frisieren. Aber die Chef-Ingenieurin versteht was von ihrem Job. Ich kann nur über das Terminal in ihrer Wohnung darauf zugreifen. Und die ist abgesperrt. Das ist also extrem illegal. Warum kümmerst du dich denn selbst darum? Nur wenn ich erwischt werde. Du musst rein, auf ihr Terminal zugreifen, die Dateien löschen und wieder raus. Fertig. Was genau machst du bei einem Mast? Ganz unter uns? So wenig wie möglich. Das war natürlich nur ein Witz. Ich arbeite richtig, richtig hart. Ich habe Bioinformatik studiert, dann ein wenig Agrargenetik gemacht. Inzwischen helfe ich einfach, wo ich kann. Ich warte auf eine gute Gelegenheit. Vielleicht eine Stelle in der Verwaltung. Wie das eben so ist. Brauchst du was? Oh, klar. Natürlich brauchst du was. Was sind das für Dateien, die ich löschen soll? Ach, mach dir da keinen Kopf. Das ist einfach nur quasi meine komplette Personalakte. Das meiste ist natürlich völlig okay. Ich bin gut in meinem Job. Ich habe nur ein paar echt unfaire Bewertungen bekommen und dachte, ein Neuanfang wäre gut. Aha, der gute alte Neuanfang. Den Trink kenne ich aus eigener Erfahrung. Das ist unprofessionell und unethisch. Ach, du arbeitest definitiv mit Kelten zusammen. Er färbt schon auf dich ab. Naja. Viel Glück da draussen. Aber so ein Arschloch, da muss man das auch mal sagen. Was wolle ich wo... Ja, komm. Verfolgen wir das. Es gibt sicherlich noch genügend Ablenkungen. Ja, und? Du musst so cool sein. Ich war da noch nie. Ja, also... Stell bloß nichts an, klar? Ich beobachte dich. Und zwar nonstop. Von früh bis spät. Rund um die Uhr. Sieben Tage die Woche. Ich esse nicht und schlafe nicht. Du gehörst mir. Neulich hatte jemand Stromprobleme. Die Ursache? Ein Thermoparasit so lang wie mein Bein. Igitt. Die ist dann wie nicht durchgeknallt, ne? Also deine Lungenkapazität hier ist ja auch... ...nicht existent. Tot, tot, tot. Ich hoffe, man kann seine Lungenkapazität noch erhöhen. Ja, ich bin jetzt offiziell zertifiziert. Vor dir steht ein waschechter Raumhafentechniker. Nicht schlecht. Fährst du jetzt das große Geld ein? Na, aber sicher. Morgen Abend essen wir im Dawn's Roos. Ich dachte eher an... ...Chunks. Still, mein Schatz. Am Anfang ist das immer so aufregend. Dann kriegst du aber nicht so das große Geld, wenn du Chunks willst. Dann dürfte das wohl hier sein, ne? So, mal speichern. ... ... ... ... ... ... Altbekannte Methode. Zuerst den inneren Kreis analysieren. Das dürfte... ... 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 Dein. Wer ist der? Auch nicht. So, hier. Genau, den. Und den. den und den. Finde ich auch. Mal speichern. Kühlschränke sehen auch beschissen aus, ne? Ja, ja, kommen gleich. Tablet. Den Abfall kannst du ja widerstehen, ne? Was ist denn das? Persönlicher Gruen, ja? Okay, keine Ahnung, was das ist. Tablettenfläschchen. Ja, wenn man kein hochstehendes Dings hat, dann... Okay. Vier... Seltsame Schäle. Will ich nicht wissen, was sie da mitmacht. Umhüllter Alien... Okay. Alter... Bett. Altermodische Lampe. Der Komet. Oliver Twist. Der Komet, das haben wir alles, meinte ich, schon gelesen. Stimmt, Bücher, Bücher, Musik. Gauklerkultur. Oliver Twist. Lyons Gauklerkultur. Doch trotz ihres Rufes als grösster Vergnügungsstaat der besiedelten Systeme ist Neon auch die Heimatstaat unzähliger Verbrecher. Ah, das haben wir schon. Mag ich mich erinnern? Fortschrittsberichte. Deine Fortschrittsberichte. Du hast null Fortschrittsberichte, die du dir ansehen sollst. Empfehlungen. Keine Empfehlungen. Disziplinarverfahren. Drei Führermeldungen wegen Insubordination. Getatelt für verpasste Fristen. Gemeldet von Frosch Költen. Hadeck weigerte sich, die Anweisung auszuführen, weil sie unter seiner Würde sei, es genug Idioten gibt, die Rinde kratzen können. Hadeck wurde aus seinem Forschungsteam entfernt und vom Dienst befreit. So schnell geht das? Ähm, ja. So, kommst du raus? Gut. Türe zu. Gibt es sonst noch was? Nö. Ähm... Von wegen, er arbeitet streng, ne? Die Arbeit am Raumhafen ist eine grosse Sache. So wie Forschungsarbeiten nicht in der Frist halten und alles als unter seiner Würde ansehen. Ganz ehrlich, wenn du nicht die einfachste Arbeit machen kannst und willst, dann hast du auch nichts irgendwo weiter oben zu suchen, weil das einfach... Du bist einfach dann nicht qualifiziert für solche... Für solche verantwortungsvollen Aufgaben, weil du nicht die einfachsten Arbeiten einschätzen kannst. Ich hoffe, wir können den noch verpfeifen. Wenn du dann fertig bist. Hast du gute Neuigkeiten für mich? Ich habe es gemacht, auch wenn du ungern. Ich möchte den erschießen. Ja. Wisst ihr was? Das ist Mord! Da mache ich nicht mit! So. Eigentlich sollte er bei einem Kopfschuss sehr tot sein, aber... Nun ja. Da weiss er jetzt wenigstens, wo er bei uns steht. Nämlich auf der Abschussliste. Morgen habe ich Steuerdienst. Wunderbar. Aber ganz ehrlich, so Leute gehen mir wirklich manchmal auf den Sack. Wenn wir uns weiter ständig begegnen, kann das Mess dich auch auf die Gehaltsliste setzen. Würde ich nicht Nein sagen. Ich habe ja einen schon in die Flucht geschlagen von euch. Also. Hoffentlich hast du die Daten. Sie sind ziemlich wichtig. Ich musste die Grenzen des Gesetzes überschreiten, um da ranzukommen. Kein Wort mehr. Ich will es überhaupt nicht wissen. Tut mir leid, wenn es kompliziert war. Ich möchte die Einzelheiten gar nicht erfahren, falls das später zur Sprache kommt. Vor allem in juristischer Hinsicht. Ich sollte die Daten überprüfen, um sicherzustellen, dass Emilio mich nicht hintergangen hat. Aber du hast dich wieder einmal für mich eingesetzt. Ich hoffe wirklich, dass ich jetzt herausfinde, was wir tun können. Das hoffe ich auch. Ich könnte das immer noch... Ich mache bloß meinen Job. Also fällen möchte ich Bäume nicht. Auch wenn ich Schreiner bin und mit gefällten Bäumen gelernt habe, in Anführungszeichen Kunstwerke auch zu erschaffen. Oder einfach Möbel. Lebende Bäume sind immer noch besser als tote Bäume. Vielen Dank dafür. Danke für deine Unterstützung. Ah. Aber es fuchst mich halt schon an, dass... Es ist doch nicht so befriedigend. Ohne deine Hilfe hätte ich die Slate nicht bekommen. Danke. Danke nochmal, dass du die Daten von... Okay, wahrscheinlich müssen wir wieder warten. So, für Felix. Schön, Geheimnisse. Wana bat mich, seine verlorenen Daten Slates zu finden. Emilio beschafft hast. Ich weiß, er nervt. Sprecher der Galbank wollten die Gerüchte nicht kommentieren. SNN empfiehlt allen Galbank-Kunden, ihre Anmeldedaten zu ändern und ihre Konten im Auge zu behalten, ob sich etwas Verdächtiges tut. Sie hören SNN. Gut, ähm... Jetzt möchte ich... Auf dem Unterdeck komme ich fast noch am ehesten zurecht. Und dann vor allem mal einfach verkaufen, 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 und wieder durchaus hilfreich sein. Keine Ahnung. Ich meinte, wir müssen da jetzt gerade aus. Dann kommt zuerst da die Tante mit dem Essen und dann ein wenig weiter. Genau, hier ist das Essen und da müssen sie... Genau, hier vorne. So. Bring die Stiefel in den Bau. Such dir eine Kiste und pack sie rein. Dann sind wir sie endgültig los. Ja, keine Angst. Ich möchte ja nur handeln. Ich hab Zeit. So, verkaufen, Waffen. Äh, den... Genau, verkaufen. Die... Blöd, das ist jetzt da hier noch... Vielleicht braucht die Mod mal noch ein kleines Updatechen, ne? Äh... Piratenang... Warte mal... Warte mal zurück. Du erhältst weniger als das Item wert ist. Okay, weniger. Okay. Muss ich da noch... Weniger. Weniger. Splittergranate, Splittermine. Sicherlich weg. Äh... Äh... Was haben wir da an Wert? Da müsste ich mal Essen zubereiten. Geschichte. So. Ähm... Wert. So. Äh... Ja gut, also... Da macht's mir jetzt nicht so... Äh... So. Wenn das weniger... Wenn ich... Äh... Das möchte ich behalten. Den Rest... Ja, scheißegal, wenn... Das jetzt weniger ist. Hauptsache ich... Ich bin eben immer noch überladen, ne? Wenn du noch was brauchst... Ich bin hier. Ja. Ähm... Warte mal. Das einzige... Was... Also hier... Ich hab Zeit. Ja, ja. Sonstiges... Äh... 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 Haben wir da nicht... Drahtspule? Nope. Ich dachte vielleicht hätte... Ja mal noch... Titriche. Hey, mach's gut. Titriche. Ja genau. Titriche. Ja. Ähm... Nein. Wir haben keine Pläne. Meine bessere Hälfte hat gesundheitliche Probleme. Aha. Ach. Aus dem Unterdeck kommt nichts Gutes. Äh... Doch. Hier die zum Beispiel. Das finde ich sehr gut. Ähm... Warte mal. Da die... Warte mal. Da war Security. Was dann hier hinten? Nein, da war der Lift. Ich suche da die Hehlerin. Das weiß doch nicht von mir, aber die Ecliptics heute noch arbeiten manchmal für die Fraktionen. Ja, ja, ja. Hier. Vielleicht kann man bei ihr noch was... ...verkaufen. Ist zwar ein Klischee, aber es ist wahr. Alles hat seinen Preis. Natürlich, natürlich. Gut, äh... Ja. Die nehmen wir. Verkaufen. Äh... Das sind die. Das mal weg. Das behalten. Ja. Verkaufen. Dann sind die mal weg. Helme. Also die macht da wirklich noch die besten Preise, ne? Das ist gut zu wissen. Gut. Waffen, alles... Und jetzt bin ich wieder ein wenig unter der Grenze. Natürlich immer noch bei weitem überladen. Die... Behalten, behalten, behalten. Es ist vor allem hier da die... Midi-Sachen... Midi-Sachen... Von Leiden. Von Leiden. Ich... Ich... Dessilliertes Wasser... Dann mal da die Würmer. Kaffeecluster Hafercluster mal weg dann mach ich so Wasser Tomate Toast warte mal jetzt muss ich da Cappuccino behalten wir Sinatma Schinken Hamburger das Sushi Rollen Essenspack Sprudelwasser Sellerie Sandwich Salat Schokolade Brot wahrscheinlich sind das wahrscheinlich Trinkpack Milch Limette Käse K4 Keine Ahnung was das ist Jacks Scout behalten Haufenbrei weg Nektor Haufen Medizin Nein Ich esse nicht Insekten Cracker weg Destilliertes Wasser können wir wahrscheinlich noch gebrauchen bei Dingens Ja und jetzt sind wir schon bei 87 unten Haufen Dann ist jetzt wahrscheinlich nur noch hier das Rohmaterial das einfach Gewicht noch und nöcher hat Aber vielen Dank Du weisst Du weisst wo wir sind Gut dann komme ich zu dir wahrscheinlich jetzt Sogar auf dem Unterdeck floriert die Handelsaufsicht Widerlich oder? Einfach widerlich Ja schon aber hat halt Die besten Credits Und Ignorier mich einfach Ich ruhe mich nur kurz aus Oder bist Was glotzt du so? Brauchst du was? Der kommt mir gerade ein wenig bei Fallout 4 Da hat er eigentlich Vertriebsvertreter vor